Ich grüße Sie ganz herzlich zum Wetterupdate. Eine ganz schön graue Suppe war das heute in Bamberg. Ganz anders sah die Sache zum Beispiel in Oberwiesenthal aus, nicht weit weg. Da schien die Sonne von Anfang an und ein paar Frühaufsteher haben das schöne Wetter auch gleich ausgenutzt. In der Nacht breiten sich die Nebel- und Hochnebelfelder erneut aus, sonst bleibt es klar. Recht grau ist es auch im Norden, da ziehen dichte Wolkenfelder auf. Hier bleibt es allerdings frostfrei, sonst geht es verbreitet unter 0 Grad an den Alpen, da geht es sogar Richtung minus 10 Grad. Zum Start in den Silvestertag, da haben wir dann in der Mitte und auch im Süden stellenweise Nebel, besonders in der Rhein-Main-Region am Oberrhein entlang und auch vom Bodensee Richtung Donau, da hält sich der Nebel lokal recht hartnäckig. Recht grau ist es auch weiterhin im Norden, ab und zu kann es aus der Wolkensuppe auch mal leicht regnen oder nieseln, sonst ist es trocken und teilweise eben auch richtig schön sonnig. Im Norden, da ist es teilweise recht windig mit stürmischen Böen an den Küsten, sonst weht der Wind nur schwach aus südwestlichen Richtungen. Das Ganze bei Temperaturen von bis zu 7 Grad an den Küsten und an den Alpen mit Sonnenschein. Im Dauerkrau ist es deutlich kühler, da nur Höchstwerte um den Gefrierpunkt. In der Silvesternacht ändert sich eigentlich nicht allzu viel. Um Mitternacht haben wir im Norden weiterhin dichte Wolken mit ein bisschen Sprühregen eventuell, aber hier ist es zumindest frostfrei. Dort, wo es klar ist, da wird es dagegen kühler, da geht es um Mitternacht auch schon mal unter den Gefrierpunkt und besonders kalt wird es da in der Südhälfte. Da liegen die Temperaturen um Mitternacht teilweise schon um minus 5 Grad oder sogar darunter. Es ist oft klar, in manchen Regionen, da haben wir es auch wieder mit Nebel zu tun und der Nebel, der wird durch die ganzen Silvesterraketen noch verstärkt. Der breitet sich dann ganz schnell aus. Ja und dann wird es spannend im neuen Jahr. Ab Sonntag sickert nämlich von Norden kühlere Luft zu uns, die Temperaturen gehen dann deutlich zurück und es geht dann Richtung Winter.